Das Anlegen eines neuen Mitgliedskontos in der Software Zeka Analytics 125 kann ganz einfach von jedem Endgerät aus erfolgen, das mit dem Internet verbunden ist. Gehen Sie auf zekacloud.com, wählen Sie oben rechts die Option Analytics 125. Geben Sie zunächst die External Tenant ID Ihrer Einrichtung ein. Geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Klicken Sie auf den Login-Button. Klicken Sie auf Neuen Kunden anlegen. Legen Sie bei IDP die ID des Mitglieds fest, mit der Sie das Mitglied in Ihrer Einrichtung identifizieren. Füllen Sie die entsprechenden Felder mit den Informationen des Mitglieds aus. Die Felder mit Sternchen sind obligatorisch. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt können Sie dem Profil dieses Mitglieds Messungen zuweisen.